Moin Leute, hier ist euer Rap Marek und ich habe wieder eine chillige Location für euch auf der PS4 und auch der Xbox One. Ja, das Ganze befindet sich hier. Ja, ganz schnell gemacht, ohne irgendwelche Leute oder so. Könnt ihr ganz easy solo machen. Ihr müsst zu diesem Gebäude hier hin. Dann erste Etage und an diese Tüle, die ihr jetzt schon seht, heranstellen. Das Ganze geht mit dem Passivmodus. Ihr müsst jetzt den Passivmodus einschalten und sofort wieder deaktivieren. Und dann solltet ihr gleich, wenn die Zeit abläuft, so ein bisschen reinswitchen in dieses Gebäude. Ja, das machen wir doch mal jetzt direkt. Ja, ihr seht schon, ich pack so leicht rein. Ich werde so reingesaugt. Ja, dann ihr seht, es ist nichts zu sehen. Aber, ganz chilliger Punkt, macht die Ego-Perspektive an, dann seht ihr viel, viel mehr. Ja, eigentlich aber dennoch nicht viel zu sehen und zu entdecken. Aber, naja, man kann auch leider nicht rausschießen. Aber, ich denke mal so, ein kleiner War-Glitch ist recht witzig. Stellt euch mal rein, macht mal ein paar witzige Fotos. Sonst geht das eigentlich. Ja, das war es jetzt eigentlich schon. Ich hoffe natürlich, dass ihr das Video auch teilen werdet. Liken und ein Abo dalasst. Noch schöner wäre es, dass ihr das teilt. Das wäre richtig geil von euch. Denn ich würde auch mal gerne größer werden. So, also Leute, das war es von mir. Haut rein. Ciao.